Ob Sie mit dem Schiff, mit dem Rad, vom nahegelegenen Golfplatz oder Badesee kommen, wir verwöhnen Sie gerne mit unseren kulinarischen Köstlichkeiten in unserem Gastgarten, direkt an der Donau gelegen oder bei Schlechtwetter in unserer gemütlichen Gaststube. Gerne können Sie bei uns auch ein Zimmer je nach Verfügbarkeit für eine oder mehrere Nächte mieten und einen Abend in unserem Weinkeller verbringen. Untertitelung des ZDF, 2020